hallo und willkommen zurück heute fahren wir die linie 51 hier von der endstation der stadtbahn in herrenholz nach der anderen endstation der stadtbahn in juliansberg so wir gehen in den bus starten diesen hier vorne ist eine andere linie angekommen sehen wir das linie das ist die linie 41 die fährt fast dieselbe richtung wie wir und die sind wir in einem anderen video gefahren kurz mal alles durch drücken gang einlegen bremse lösen und dann fahren wir mal rüber zur stadt hallo kollege da kommt noch ein kollege lassen wir den noch durch auf jeden fall so eilig wie der es hat lassen wir den noch durch wir haben ja auch noch fünf minuten bis wir los müssen sehr schön guten tag und bestimmt eine fahrkarte habt guten tag hallo keine fahrkarte was denn jetzt los so kollege fährst du weg für uns geht's los wann auf den fahrplan 12 uhr 51 terminus okay das haben wir jetzt losgefahren 12 12 uhr 52 also dann hier würde ich jetzt mal sorgen wir drehen die uhr ein klein wenig vor ja auf 51 so möchte denn noch jemand mitfahren nein dann machen wir jetzt auch die türen zu und fahren ab es ist grün bei allen mal ins maul dass wir das grün noch mitnehmen nächste haltestelle neuweide technische hochschule langsam 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 nein ich muss ja bisschen da müssen wir gleich wieder raus dann nutzen wir den kreisverkehr richtig gut aus ja hallo vors fiesbäck du machst mit ich merke das das geht ab Guten Tag! So, es gibt übrigens auch Linien, die hier enden. Linien der 51. So, da wir aber hier nicht ewig rumstehen wollen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, würde ich sagen. Wir drehen mal die eine Minute an. Okay, kommt noch jemand? Kommt niemand mehr. Dann hier aber zu. Und weiter geht's. Guten Tag! Hallo! Nächste Haltestelle. Boah, fällt der Scheiße. Nö, ich komm's bloß schön. Wir treten einmal richtig durch. Hallo! Guten Tag! Nächste Haltestelle, Reinholdsbrücke. Ui, was ist denn hier vorne los? Ich gucke mir jetzt doch direkt einmal ein. Du fährst mir nicht rein. Ach du, Heimatland. Oh, das war so nicht geplant. Aha. Dafür ist die Ampel verantwortlich und die Autos, die sich da ein bisschen kümig stoppen. Na gut. So, wir dürfen auch. Äh, nö, wir dürfen nicht. Schon wieder rot. Gut. Okay, wir warten noch eine Runde ab. Hm, ich sehe schon, das wird nichts werden hier. Ja, genau. Na, jetzt sieht es doch schon im Wasser aus. So, kriegen wir grün. Einmal grün, bitte, für mich. Und noch viel mehr für uns. Dankeschön. 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 Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 So, wir müssen eine Fahrspur rüber. Danke. 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 Nein, war gerade klingel geworden. Doch, da will jemand mit, ist dir aber spät eingefallen, Manni. Guten Tag. Guten Tag. Nächste Halterstelle, Mannheimer Straße. Guten Tag. Guten Tag. Rum mit uns. Gerade Platz. Ui. Menschenskinder. Taxi. Bieg ab. Meine Fresse. Sorry, Leute. Unfall zu vermeiden ging es leider nicht um das Heidelberger Weg. Guten Tag. Ich hätte gerne einen normalen Fahrschein. Guten Tag. Das habe ich mir doch gedacht. 2,20 bitte. Danke. Nächste Haltestelle, Luzernstraße. Luzernstraße. Untertitelung des ZDF, 2020 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 und da sind wir an der enthaltestelle angekommen und das mit einer minute für spät und zurück geht es um 13 uhr 22 in fünf minuten da können wir mal kurz den bus ausmachen und uns kurz die beine vertreten dass es dann wieder zurück geht ok bis gleich